Jäger baten mich, meinen Hund eindeutig zu kennzeichnen, die Verwechslungsgefahr mit Füchsen sei zu groß. Es dürfte zwar nicht passieren, aber im Jagdfieber könnte man meinen Hund für einen Fuchs halten. Im Vergleich sieht man hier die Ähnlichkeit zwischen einem Fuchs und einem Australian Red Border Collie. Warum ein Risiko eingehen? Bitte kaufen Sie ein auffälliges Hundegeschirr, um ein Unglück zu vermeiden, und nicht vergessen, in der Dämmerung und Dunkelheit ein Leuchthalsband zu verwenden. Um mit Papageien ein Unglück zu vermeiden, kaufen Sie nur sicheres Papageien-Spielzeug. Besuchen Sie meinen Etsy Shop, Link in der Beschreibung. Kaufen und spenden Sie!